Guten Morgen, mein Name ist Sandra Peters. Ich wurde von der Telefonzentrale mit ihrer Station verbunden. Mein Mann, Thomas Peters, wurde gestern Abend mit dem Rettungswagen bei Ihnen eingeliefert. Ich wollte fragen, wie die Nacht verlaufen ist und wann ich meinen Mann besuchen darf. Können Sie mir bitte sagen, ob und was ich meinem Mann eventuell ins Krankenhaus mitbringen soll? Er hat gestern nichts mitgenommen, da es ja schnell gehen musste. Hallo, hier ist Anja Schenk von der Inneren 2. Frau Römer ist ja heute Morgen von euch zu uns verlegt worden. Die Patientin ist auch bei uns, aber ihre Untersuchungsergebnisse nicht. Könnt ihr uns die Patientenakte bringen oder unten an der Anmeldung abgeben? Oder ruft uns bitte kurz zurück. Ich kann auch gleich unsere Praktikantin zu euch schicken. Dr. Kasidorf hat schon dreimal danach gefragt. Das ist also dringend. Danke. Guten Morgen, Hempel mein Name, von der Seniorenresidenz Schöne Aussicht. Ich würde gerne Frau Reimer, 85 Jahre und Bewohnerin in unserem Haus, für eine Untersuchung anmelden. Frau Reimer ist Diabetikerin und hat einen Herzschrittmacher. Sie müsste noch einmal ein 24-Stunden-EKG bekommen. Das kann ja ambulant angelegt werden und entsprechend am nächsten Tag wieder abgenommen werden. Bitte rufen Sie uns zurück und teilen Sie uns mit, wann Frau Reimer ins Krankenhaus gefahren werden kann. Vielen Dank. Hallo Jan, hier ist Sven. Du, mein Sohn ist leider immer noch krank und ich muss morgen mit ihm zum Arzt gehen. Meine Frau kann sich nicht mehr freinehmen. Ich weiß nicht, wie lange es beim Arzt dauert und dann muss ich ja auch bei Tim zu Hause bleiben. Zu meinem Spätdienst schaffe ich es nicht. Aber könnte ich deinen Nachtdienst übernehmen und du meinen? Ginge das? Rufst du mich bitte zurück? Danke. Guten Tag, hier spricht Petra Meissner. Es geht um meinen Vater, 84, und meine Mutter. Sie ist 81 Jahre alt. Sie waren beide lange sehr selbstständig. Aber jetzt ist mein Vater gestürzt und braucht Pflege. Ich bin auf der Suche nach einem häuslichen Pflegedienst, der einmal am Tag vorbeikommt und Ihnen bei alltäglichen Dingen hilft. In zwei Wochen fahren wir in den Urlaub. Deshalb wäre es nett, wenn Sie mich bald zurückrufen könnten. Meine Nummer ist 0, 2, 2, 1… Wie geht es denn Herrn Grewe heute? Er fühlt sich noch schwach und kann nur schwer atmen. Gleichzeitig ist er auch sehr besorgt über seinen Zustand. Das ist nicht ungewöhnlich für Patienten nach einer hypertensiven Krise. Wie äußert sich seine Besorgnis? Herr Grewe fragt immer wieder, was er hat, warum er so schwer atmen kann und seine Beine so geschwollen sind, wenn er doch eigentlich an Herzbeschwerden leidet. Haben Sie ihm dazu nochmal etwas erklärt? Ja, und Frau Dr. Fröhlich hat ihm heute Morgen auch nochmal den Zusammenhang zwischen seiner hypertensiven Krise und seinem Lungenödem erklärt. Aber er ist einfach sehr aufgeregt wegen seiner Situation. Gut. Wie hoch war sein Blutdruck bei der letzten Messung? Bei der Einlieferung 230 zu 120. Auf der Intensiv konnte man ihn stabilisieren, die Werte sind gesunken. Und bei der letzten Messung heute Morgen war sein Blutdruck bei 160 zu 100. Die Sauerstoffsättigung bei 96 Prozent, Temperatur bei 36,8. Es ist noch Flüssigkeit in der Lunge und die Ödeme in den Beinen sind unverändert. Okay. Erklären Sie Herrn Grewe bitte schon mal, was eine Trinkmengenbeschränkung ist und dass wir noch weitere diagnostische Maßnahmen durchführen müssen. Ein EKG, ein ABDM und eine Flüssigkeitsbilanz. Hier Jan, das sind die Blutwerte von Frau Minster. Kannst du bitte in der Neurologie einen Termin für sie ausmachen und dann dem Praktikanten Bescheid geben, damit er sie hochfährt? Frau Minster ist die Patientin in Zimmer 410, richtig? Die gestern nach einem Sturz in ihrer Wohnung eingeliefert wurde? Genau. Sie leidet schon seit ein paar Wochen an Schwindel und Gleichgewichtsstörungen und ist eventuell deshalb gefallen. Dr. Harder hat bei ihr ein EMG und andere Tests angeordnet, weil er ausschließen möchte, dass es einen neurologischen Grund dafür gibt. Er vermutet aufgrund der Blutwerte aber, dass sie an Diabetes erkrankt ist. Okay. Ich rufe dann gleich auf der Neurologie an und frage, wann wir sie bringen können. Was muss dann noch gemacht werden? Wir müssen nochmal Blut abnehmen. Kannst du das bitte veranlassen? Und könntest du dann bei einem positiven Diabetesbefund der Ernährungsberaterin Bescheid geben? Frau Minster bräuchte dann eine Beratung und auch eine Kostumstellung. Gut. Ich sorge gleich dafür, dass Blut abgenommen wird. Und hier ist dann noch die Akte von Frau Fischer in der Heinemannstraße. Ah, danke. Willst du mir noch kurz was zu Frau Fischer sagen, bevor ich dann zu ihr fahre? Ja. Also, sie sitzt nach einem Sturz und einer Hüft-OP im Rollstuhl und braucht Unterstützung beim Transfer vom Bett zum Stuhl und bei der Körperpflege morgens und abends. Kann sie sich selbstständig anziehen? Hm. Dabei solltest du sie auch unterstützen. Sie sagt dir auch genau, was sie anziehen möchte. Morgens muss auch ihr Blasenkatheter gewechselt werden und du musst ihr die Medikamente stellen und auf den Küchentisch legen, damit sie sie nicht vergisst. Gut. Bereitet sie das Frühstück selbst vor? Ja. Sie kann mit dem Rollstuhl überall hinfahren. Das klappt gut. Und der Urinbeutel muss dann am Abend auch wieder geleert werden, richtig? Genau. Ah, ja. Und auch noch wichtig, falls Frau Fischer es vergisst, nächste Woche Mittwoch hat sie im Elisen-Krankenhaus einen Termin zur Untersuchung. Sie wird gegen 10 Uhr vom Krankentransport abgeholt. Lege ihr bitte alle Unterlagen bereit, sodass die Kollegen alles mitnehmen können. Alles klar. Ich denke dran. Guten Morgen, Frau Seifert. Haben Sie gut geschlafen? Na ja. Ich habe etwas unruhig geschlafen. Das hat Ihnen aber der Nachtdienst bestimmt gesagt. Ja. Und auch, dass Ihr Wundpflaster gestört hat. Das hat wohl etwas gejuckt? Ganz schrecklich. Pfleger Micha hat es heute Nacht abgemacht und die Wunde neu verbunden. Wahrscheinlich reagieren Sie auf die Klebstoffe im Pflaster allergisch. Ich helfe Ihnen jetzt erst einmal beim Waschen und schaue mir die Stelle nochmal an. Im Bericht steht, dass Ihre OP-Wunde gute Fortschritte macht. Es ist also die angrenzende Hautregion, die jetzt sehr empfindlich reagiert. Bekomme ich dann nochmal so ein Pflaster? Nein. Dann reagieren Sie ja wieder auf die Klebstoffe. Sie bekommen nur einen Verband. Gut. Und können wir heute auf die Thrombosespritze verzichten? Sehen Sie sich mal meinen Bauch an. Grün und blau ist der, voller Blutergüsse. Schwester Katrin ist auch immer sehr ruppig mit diesen Spritzen. Ich suche eine gute Stelle und bin ganz vorsichtig, ja? In Ordnung. Sie machen das ja auch gut. Aber Schwester Katrin kann das nicht. So, Frau Seifert. Dann helfe ich Ihnen jetzt beim Waschen. Elisa Stift. Mein Name ist Annika Bayer. Guten Morgen. Hier spricht Günter Harms. Meine Mutter, Erna Harms, sollte ja nächsten Monat während unserer Urlaubsreise für 14 Tage zu Ihnen in die Kurzzeitpflege kommen. Ja. Ich erinnere mich an unser Gespräch und an den Besuch mit Ihrer Mutter. Hat sich etwas geändert? Nun, nach einem Unfall mit Ihrem Rollator wurde meine Mutter am Knie operiert. Das ist auch ganz gut verlaufen, aber jetzt hat sich Ihr allgemeinen Zustand insgesamt verschlechtert. Brauchen Sie den Platz in der Kurzzeitpflege jetzt nicht mehr? Hm, doch. Beziehungsweise ist es so. Meine Mutter wohnt ja mit uns im Haus. Und bisher konnte sich meine Frau um sie kümmern. Jetzt braucht meine Mutter zunehmend mehr Unterstützung und meine Frau kann das nicht mehr leisten. Wir sind ehrlich gesagt von der neuen Situation etwas überfordert. Hm, ich verstehe. Soweit ich mich erinnere, stand Ihre Mutter der Kurzzeitpflege in unserem Haus ja recht positiv gegenüber. Ja, richtig. Deshalb war sie für den Vorschlag, eventuell dauerhaft in Ihrer Einrichtung betreut zu werden, ganz aufgeschlossen. Sie bieten aber auch Unterstützung durch einen mobilen Pflegedienst an, oder? Das ist richtig. Wichtig ist jetzt auch eine erneute Feststellung des Pflegegrads durch den MDK. Guten Morgen. Dann fangen wir doch gleich mal mit Herrn Ritter an. Herr Ritter ist vor zwei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden und zu uns ins Haus gekommen. Eigentlich sollte er nur zur Kurzzeitpflege hier bleiben. Aber Herr Ritters Tochter möchte, dass er dauerhaft hier einzieht. Herr Krämer, Sie haben Herrn Ritter doch in den letzten Tagen versorgt. Haben Sie genauere Informationen über seine Lebenssituation? Ja, also bis zu seinem Unfall hat Herr Ritter ganz allein in einem großen Haus gewohnt und sich selbst versorgt. Nur einmal pro Woche wurde er von einer jungen Frau, die die Hausarbeiten erledigte, unterstützt. Seine Frau verstarb vor drei Jahren und seine Tochter wohnt über 200 Kilometer entfernt. Deshalb konnte sie ihn nicht jeden Tag, sondern meistens nur am Wochenende besuchen. Aha. Und vor einem Monat ist er aber wohl unglücklich in seinem Wohnzimmer gestürzt und musste aufgrund einer Schenkelhalsfraktur operiert werden. Wie schätzen Sie denn seine Selbständigkeit jetzt ein? Meiner Einschätzung nach wird er zukünftig nicht mehr alleine leben können. Er ist in seiner Mobilität eingeschränkt und zeitweise desorientiert. Man bekommt den Eindruck, dass er manchmal gar nicht weiß, wo er ist. Es sollte abgeklärt werden, ob eine demenzielle Erkrankung möglicherweise die Ursache dafür sein könnte. Im Krankenhaus wurden seine Werte kontrolliert, weil man Diabetes mellitus ausschließen wollte. Dabei hat man leichte Abweichungen bei den Nierenwerten entdeckt, die sich aber weitestgehend erholt haben. Ich verstehe. Wie reagiert Herr Ritter denn auf seine Situation? Es gibt Tage, an denen er gelassen und fast fröhlich ist und mir sagt, wie sehr er sich freut, bald wieder nach Hause zu gehen. Ich glaube, er versteht nicht so ganz, dass dies nicht möglich sein wird oder er will nicht wahrhaben, dass er sich einfach nicht mehr alleine versorgen können wird. Mir hat er erzählt, dass seine Tochter sich wohl nicht um ihn kümmern wolle. Was sagt denn seine Tochter dazu? Sie scheint mir von der ganzen Situation überfordert, da sie ja weit entfernt wohnt und neben ihrer Berufstätigkeit auch noch eine Familie zu versorgen hat. Sie weiß nicht, was sie noch machen soll, um ihren Vater zur Einsicht zu bewegen. Sie hat wohl mehrmals versucht, ihm alles zu erklären, aber offensichtlich erfolglos. Sie hat mich gefragt, an wen sie sich wenden kann, um Unterstützung zu bekommen. Andere Angehörige gibt es ja leider nicht. Vielleicht sollte ich mit beiden ein Gespräch führen, damit die Situation zügig geklärt werden kann. Hat Herr Ritter schon Kontakt zu anderen Bewohnern geknüpft? Ich habe ihn schon häufiger mit Herrn Meier im Garten gesehen. Eventuell sollten wir ihn auch noch auf unsere Angebote und Ausflüge aufmerksam machen, damit er sich noch besser bei uns einlebt. Ja. Bisher hat er hauptsächlich zu Herrn Meier Kontakt. Die beiden spielen ganz gern zusammen Karten oder unterhalten sich über Haustiere. Beide hatten wohl früher Hunde. Es hat den Anschein, dass die beiden sich ganz gut verstehen und vielleicht entwickelt sich ja auch eine Freundschaft. Beide waren Lehrer von Beruf. Das verbindet ja auch. Das hört sich doch gut an. Und wissen Sie, ob Herr Ritter ein Hobby hat? Ich weiß nur, dass er gerne Gartenarbeit mochte. Das war wohl früher sein Hobby. Mensch, am Wochenende war mal wieder viel los. Gab ja auch zu wenig Personal auf der Station. Und dann war das Wetter auch noch so schön. Nein. Mir ist es richtig schwer gefallen zu arbeiten. Mein Mann, meine Schwiegereltern und die Kinder haben eine Radtour gemacht. Die einzige, die mal wieder gefehlt hat, war ich. Am Wochenende zu arbeiten ist schon ganz schön belastend, finde ich. Meine Familie sieht mich kaum noch. Zum Glück hat mein Mann weder Schichtdienst noch Wochenendarbeit. Sonst wüssten wir nicht, wie wir unseren Kindern gerecht werden könnten. Naja, aber von irgendwem muss ja die Pflege am Wochenende übernommen werden. Solange man nicht jedes Wochenende arbeiten muss, ist mir das egal. Aber ich gebe zu, dass es mir unter der Woche auch leichter fällt. Am Wochenende möchte man schon lieber frei haben und etwas mit der Familie unternehmen. Und dass wir nicht immer angenehme Arbeitszeiten haben würden, das wussten wir doch, als wir uns für den Pflegeberuf entschieden haben. Bäcker müssen ja auch ganz früh aufstehen. Das macht bestimmt auch nicht immer Spaß. Jeder Beruf hat also seine Nachteile. Also, ich arbeite eigentlich ganz gerne am Wochenende. Auch wenn auf den Stationen nicht so viele Kollegen zur Verfügung stehen, ist die Arbeit doch ruhiger als unter der Woche. Am Wochenende kommen mehr Angehörige zu Besuch und entlasten uns etwas. Es fällt doch nicht so viel Organisatorisches an, wie Terminabsprachen und das Vorbereiten der Patienten auf diagnostische Maßnahmen. Dann kann man sich auf die pflegerischen Maßnahmen konzentrieren und auch mal länger bei den Patienten bleiben, um ein persönliches Wort zu wechseln, was bei dem Zeitdruck unter der Woche ja oft zu kurz kommt. Ich finde die Arbeit am Wochenende auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Sicher macht das manchmal keinen Spaß, gerade wenn Freunde und Familie nur am Wochenende Zeit haben. Dafür hat man dann aber auch mal an einem anderen Tag frei und dann kann man viele Dinge erledigen, für die die meisten anderen dann keine Zeit haben. Ich kenne viele Leute, die von Montags bis Freitags arbeiten, sodass sie dann am Samstag einkaufen, den Haushalt machen und sonst noch alles erledigen müssen. Ich finde es auch mal entspannend, Dienstagmorgens in der fast leeren Fußgängerzone einkaufen zu können. Herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung TELK Deutsch B1 B2 Pflege. Mein Name ist Sandro Baumann und das ist meine Kollegin Frau Hansen. Die Prüfung besteht aus drei Teilen und Sie haben sicher auch schon auf die Teile 2 und 3 vorbereitet. Wir beginnen nun mit dem ersten Teil. Frau Bellic, schauen Sie sich das Bild an. Was sehen Sie auf diesem Bild und welche Situation zeigt es? Auf dem Bild sehe ich eine alte Frau und eine junge Frau. Die junge Frau ist eine Krankenschwester oder eine Pflegerin. Sie hilft der alten Frau, die Treppe zu gehen. Ich glaube, das ist zu Hause, nicht in einem Wohnheim. Man sieht eine kleine Treppe und eine Haustür. Nun, Frau Bellic, wir sprechen also über das Thema Altenpflege im eigenen Haus. Was sind die Vorteile, wenn man jemanden zu Hause pflegt? Meinen Sie die Vorteile für die alten Menschen oder für uns? Beides. Gibt es Vorteile für die Pfleger und für die Klienten und gibt es vielleicht auch Nachteile? Vorteile für die Klienten ist, dass sie zu Hause sind. Sie haben ihre einige Sachen, also Möbel. Ihr Wohnheim ist nicht so persönlich. Nachteile? Ich weiß nichts. Vielleicht, dass sie viel Zeit alleine sind. Hier in Deutschland sehe ich das oft. Viele alte Menschen leben alleine. Das ist ein Problem. Und ja, ich... Vielleicht verstehe die Klienten nicht gut, wenn sie etwas sagen. Oder wenn ich Hilfe brauche, zum Beispiel wachen und anziehen. Ich habe keine Kollegen und können mir nicht helfen. In meinem Heimatland wohnen die großen Eltern immer in der Familie. Nicht wie in Deutschland. In der Stadt gibt es Krankenschwestern, die nach Hause kommen und der Familie helfen. Aber vielleicht einmal in der Woche. Nicht so wie hier. Ich wohne in einem kleinen Dorf. Da gibt es das nichts. Ich habe erst hier das kennengelernt. Ich habe ein Praktikum bei der Caritas gemacht und bin mit einer Kollegin mitgefahren. Vielleicht kann ich als Pflegerin da anfangen. Ich muss aber zuerst B2 haben. Sie sagten, in Ihrem Heimatland werden die Menschen zu Hause gepflegt. Was denken Sie? Gibt es vielleicht Situationen, in denen Menschen besser in Heimen gepflegt werden sollten? Ich weiß nichts. Ich denke, zu Hause bei Familie ist immer besser als in Heim. Nur im Krankenhaus, wenn zum Beispiel eine Operation ist. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Frau Tanjuk. Schauen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie auf diesem Bild und welche Situation zeigt es? Auf dem Bild sehe ich mehrere Senioren und eine Pflegerin. Rechts steht ein junger Mann, vielleicht 30 Jahre alt. Er ist wahrscheinlich auch ein Pfleger, weil er einen blauen Kittel trägt. Die alte Frau neben der Pflegerin und die Frau hier vorne sitzen im Rollstuhl. Die Senioren sitzen an einem Tisch. Auf dem Tisch gibt es Tassen und Teller und Gläser. Ich glaube, Sie essen zusammen. Sie wohnen vielleicht zusammen in einem Wohnheim. Der Raum ist groß und vielleicht ist es der gemeinsame Raum im Seniorenheim. An die Wand hängt ein Bild, eine Uhr und, ich glaube, ein Kreuz. Vielleicht ist das von der Caritas? Danke, Frau Tanjuk. Sie haben schon erwähnt, dass es sich hier um ein Seniorenheim handeln könnte. Sprechen wir also über das Thema Pflege im Seniorenheim. Welche Vorteile haben Sie als Pflegepersonal, wenn Sie im Seniorenheim arbeiten? Und gibt es Unterschiede zum häuslichen Pflegedienst? Natürlich gibt es Unterschiede. Wenn man im Seniorenheim arbeitet, hat man nicht nur die Kollegen, sondern auch die Pflegedienstleitung, die man immer fragen kann, wenn man Probleme hat. Zu Hause bei den Menschen trägt man Verantwortung alleine. Ja, man kann anrufen, aber das ist anders. Im Seniorenheim ist man auch immer da und hat ein bisschen mehr Zeit für die Menschen. In der mobilen Pflege fährt man von Haus zu Haus. Das ist Stress. Du kommst an und hast zehn Minuten Zeit und dann musst du schon wieder fahren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Du bist ganz alleine und hast kaum Kontakt zu deinen Kollegen. Sie sagen, dass man im Seniorenheim bei Problemen Kollegen fragen kann. Welche Probleme können Bewohner im Seniorenheim haben und wie könnten auftretende Probleme für alle positiv gelöst werden? Nun, ein Problem kann sein, dass Bewohner anfangs nicht gerne im Seniorenheim wohnen wollen. Sie vermissen vielleicht ihr Zuhause oder ihre Familie. Sie müssen sich noch an die Pfleger gewöhnen. Man kann mit ihnen sprechen, sich um sie kümmern, mit ihnen Spiele im Frühstungsraum machen, spazieren gehen. Gibt es Ihrer Meinung nach Situationen, in denen Menschen besser zu Hause gepflegt werden sollten, statt in einem Seniorenheim? Das ist schwierig. Eigentlich ist es zu Hause immer schöner als in einem Seniorenheim. Aber ich denke, das hängt auch immer davon ab, wie stark pflegebedürftig die Person ist und wie sehr sich die Angehörigen um die Person kümmern können. Vielen Dank. Das war der erste Teil. Kommen wir jetzt zu Teil 2 der Prüfung. Sie hatten zwei Themen zur Auswahl und sollen jetzt zu einem Thema einen kurzen Vortrag halten. Anschließend stelle ich Ihnen noch ein, zwei Fragen zu Ihrem Vortrag. Frau Tanjuk, fangen Sie bitte diesmal an und sagen Sie uns zunächst auch, welches Thema Sie gewählt haben. Ich habe Thema 2 gewählt und das Thema heißt Digitalisierung in der Pflege. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, das sich auch auf viele Bereiche in der Pflege auswirkt. Ich habe lange Zeit als Krankenschwester in einem Krankenhaus in meinem Heimatland gearbeitet. Meine Arbeit hat sich im Laufe der Jahre verändert. Wir haben immer mehr Weiterbildungen im Bereich der Digitalisierung gemacht. Immer wenn zum Beispiel neue Geräte gekauft wurden, musste ich eine Schulung machen. Mittlerweile sind auch die einfachsten Geräte im Krankenhaus miteinander vernetzt. Ein Beispiel sind Röntgenaufnahmen. Früher mussten wir die Röntgenaufnahmen noch für jeden einzelnen Patienten in der Röntgenabteilung abholen oder sie wurden auf die Station gebracht. Heute kommt alles direkt ins Schwesterzimmer auf den Computer oder bei Arzt auf Tablet. Dankeschön. Und was glauben Sie, welche Chancen und Möglichkeiten bietet Ihnen die zunehmende Digitalisierung? Nun, was gut ist, ja. Ergebnisse sind zum Beispiel schneller beim Arzt und beim Pflegepersonal. Man kann dann schneller reagieren. Auch, dass durch die Digitalisierung alle im Team jederzeit die aktuellen Werte eines Patienten sehen können. Ärzte können sich mit anderen Ärzten, zum Beispiel Spezialisten in anderen Krankenhäusern, besser beraten. Für uns Pflegekräfte bedeutet es auch, weniger oder kaum noch etwas per Hand aufzuschreiben. Dann kann auch nicht passieren, dass ein Kollege deine Handschrift nicht lesen kann. Ich finde das ganz gut, aber ich beschäftige mich auch gerne mit Technik und Computer. Danke. Wie wirkt sich denn die Digitalisierung auf die Arbeit von älteren Pflegekräften aus, die vielleicht nicht so gut wie Sie mit digitalen Medien umgehen können? Ja, ich hatte eine Kollegin, die war eine sehr gute Krankenschwester mit vielen Jahren Erfahrung. Aber leider hatte sie mit technischen Geräten immer Probleme. Da brauchte sie oft Hilfe. Also ich denke, dass ältere Pflegekräfte, die nicht so gut mit Medien, also Computer, Tablets, komplizierte Geräte bedienen können, eher Probleme haben und vielleicht schnell überfordert sind. Dann muss man sich im Team gegenseitig helfen und Verständnis haben, dass nicht alle gleich sind. Vielleicht kann die Kollegen dafür besser andere Dinge, zum Beispiel Spritzen geben. Vielen Dank, Frau Taniuk. Dann kommen wir jetzt zu Ihrem Vortrag, Frau Bellic. Welches Thema haben Sie gewählt? Also, ich habe Thema eins gewählt, Erschöpfung und Überforderung im Berufsalltag. Leider ist es oft so, dass Pflegekräfte viel Stress im Beruf haben. Das ist nicht gut. Wenn man Stress hat, passieren Fehler. In anderen Berufen ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber in der Pflege ist für die Patienten ein Problem. Aber wir müssen immer mehr Arbeit erledigen, in immer weniger Zeit, sagten Sie. Sie kennen diese Situation also. Welche Auswirkungen hat Erschöpfung auf Sie persönlich? Auswirkungen? Entschuldigung, was meinen Sie damit? Wie geht es Ihnen, wenn Sie viel Stress in Ihrem Beruf haben? Hm. Ich werde dann manchmal etwas nervös und mache nicht richtig alles. Ich bin dann auch nicht immer nett zu den anderen, also zu den Kollegen oder Patienten. Ich glaube, zu viel Stress macht mich dann krank und vielleicht kann ich dann nicht mehr arbeiten. Wie genau wirkt sich Stress denn auf die Stimmung im Team und den Umgang mit den Patienten aus? Sie meinen, wenn die Kollegen alle gestresst sind? Ja, wenn das gesamte Team an Überforderung leidet. Wie gehen die Pflegekräfte dann miteinander und mit den Patienten bzw. Bewohnern um? Das ist nicht gut. Dann sind alle nicht mehr nett. Das kann zu Streit im Team kommen. Auch die Bewohner merken das dann. Hm. Wie merken die Bewohner das? Welche Risiken könnten für die Patienten oder Bewohnern stehen? Können Sie Beispiele nennen? Ja. Dann ist die Pflege nicht so gut. Die Pfleger machen dann immer ganz schnell und haben keine Zeit für ein bisschen reden mit Bewohnern. Oder sie machen dann nicht richtig. Vielen Dank. Damit ist auch Teil 2 schon beendet und wir kommen zu Teil 3. Und wir kommen zu Teil 3. In diesem Teil sollen Sie gemeinsam diskutieren. Sie haben sich darauf ja auch schon vorbereitet. Ihr Thema ist Überstunden in Ausnahmesituationen. Welche Meinung haben Sie zu diesem Thema? Ich finde, Überstunden sind in unserem Job ganz normal. Ich kenne niemanden, in der Pflege arbeitet und keine Überstunden machen muss. Das stimmt schon. Aber hier geht es doch darum, ob man auch noch weitere Überstunden machen würde, wenn zu wenig Personal da ist, oder? Ja. Wenn zu wenig Pfleger da sind, muss der Chef mehr Pflege besorgen. Das geht nicht, dass wir die ganze Arbeit machen. Du hast recht, dass wir in der Pflege, egal wo, also im Krankenhaus oder auch im Seniorenheim, immer viele Überstunden machen. Als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich sehr oft Überstunden gemacht. In meinem Heimatland ist das aber nicht so geregelt wie hier in Deutschland. Überstunden werden nicht bezahlt. Überstunden nicht bezahlt? Wo steht das? Nein, ich meinte in meinem Heimatland. Würdest du keine Überstunden machen, wenn auf deiner Arbeit zu wenig Leute wären? Hm, ich finde Überstunden nicht gut. Ich habe Kinder und ich brauche auch Zeit für meine Arbeit zu Hause. Vielleicht würde ich eine oder zwei Wochen immer ein bisschen mehr arbeiten, aber nicht länger. Der Chef muss auch neue Kollegen finden und natürlich muss er Überstunden bezahlen. Und du? Was denkst du? Ich stimme dir zu, dass der Chef die Situation schnell regeln müsste. Aber wenn ich weiß, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist, dann habe ich kein Problem damit, Überstunden zu machen. Wenn ich dafür Freizeit bekomme, ist das für mich okay. Du machst also immer Überstunden, egal auch für ein Jahr? Nein, ich sage nur für eine bestimmte Zeit. Was ist dann für dich bestimmte Zeit? Hm, das kann ich nicht sagen, aber es soll nicht immer so sein. Also wenn ich weiß, dass bald auch wieder normale Arbeitszeiten kommen. Und ich finde auch wichtig, dass die anderen Kollegen bereit sind zu helfen, indem sie auch Überstunden machen. Ja, das ist wichtig. Nicht nur eine oder zwei Personen und alle anderen haben normale Arbeit. Und nur Ausnahmesituationen, also wenn Kollegen sind krank oder ist Notfall. Nicht, weil immer zu wenig Pflegepersonal gibt da. Aber was ist mit deiner Familie? Hast du Kinder? Kannst du viel Überstunden machen? Ja, ich habe zwei Kinder. Sie sind aber schon 14 und 16 Jahre alt. Deshalb kann ich meistens ohne Probleme Überstunden machen. In Ausnahmefällen und für eine kurze Zeit. Dann ist es in Ordnung, auch für meinen Mann. Wie sieht es bei dir aus? Versteht deine Familie es, wenn du Überstunden machen musst? Meine Kinder sind acht und zehn Jahre alt und mein Mann arbeitet in einer Fabrik. Manchmal hat er Nachtschicht. Ich kann nicht so viel Überstunden machen. Die Kinder sind noch klein. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Prüfung. Das Ergebnis erhalten Sie in ein paar Wochen per Post. Alles Gute für Sie.